Ich komme immer wieder gerne in den Rhein-Lahn-Kreis, bin jetzt schon zum neunten Mal hier und für mich ist die Gesundheit eigentlich immer sehr wichtig und die kann ich hier immer sehr gut in dieser schönen Landschaft regenerieren. Und ich gehe hier gerne in Bad Ems spazieren und ich genieße die schöne Landschaft, die Lahn hier und natürlich auch die Anwendung hier in der Ayurveda-Klinik. Ich bin zwar schon zum neunten Mal hier, aber es gefällt mir so gut, dass wahrscheinlich der nächste Urlaub auch hier in Bad Ems stattfinden wird. Ja. 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 Ja.